Hallo zusammen zur folgenden Behauptung. Diese Zahl hier kann keiner ausschreiben. Glaubst du nicht? Gleich gibt es die Lösung dazu. Jetzt nicht ein Abo dazu lassen und jetzt gibt es die Auflösung. Diese Schreibweise dürfen wir nicht verwechseln mit 10 hoch 3. Das ist ja 10 mal 10 mal 10. Das ergibt 1000, also eine 1 mit 3 Nullen. Der Exponent gibt also die Anzahl der Nullen an. Das hier nennt man Tetration. Das bedeutet ausgeschrieben 10 hoch 10 hoch 10. Jetzt rechnen wir von oben nach unten. 10 hoch 10 ist eine 1 mit 10 Nullern, also 10 Milliarden. Wir haben also hier eine 1 mit 10 Milliarden Nuller. Kürzer Größenvergleich. Es gibt ca. 10 hoch 84 bis 10 hoch 89 Atome im Weltall. Das hier ist 10 hoch 10 Milliarden. Würden wir diese 10 Milliarden Nuller hinschreiben und sagen wir, wir brauchen pro Null eine Sekunde, dann brachten wir dafür ca. 317 Jahre. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diese Schreibweise kanntet und ob ihr damit gerechnet habt. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.